Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4. Wir spielen Battlefield 4. Ja, es ist jetzt für euch wahrscheinlich die erste Aufnahme. Für uns ist es die dritte. Wir mussten so ein bissl an den Audio-Einstellungen arbeiten. Das haben wir jetzt getan. Ach ja, mit dabei ist natürlich auch noch der André. Moin moin, ja. Und so. Moin moin, na? Einen geilen Fickfotzen. Darf man das sagen, ja das darf man sagen. Also ne, ansonsten werden wir sehen. Ja, wir werden's sehen. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Ja, wir sehen, ne, wir lernen. Und so. Ober und groß, 800 Tickets. Das ist korrekt. Das müssen wir auch schon feststellen. Ja. Ich hab den Heli, ich hab den Heli, ich hab den Heli. Du müsstest... Ach so, ich bin am Lattescreen. Lattescreen? Screen. Ja, wir haben... Ich brauche ne neue Grafikat. Wir haben das, ähm... Übliche Problem mit dem Battlefield Sound. Der... Battlefield Sound mit dem Rotor. Ja, er lässt noch auf sich warten. Ha, jetzt sind noch die letzten Texturen geladen, schön. Und jetzt können wir spielen. Wie schnell die Engine noch heute wieder ist. Ah, es ist ein Traum. Es ist ein Traum, man muss einfach sagen. Oh, ich bin auch ein Idiot. Ha, genau das muss man so sagen. Genau das. So. Ne, ich bin immer mal bei uns. Ja, läuft bei dir. Ja, du könntest vielleicht mal meine Bankverbindung unter das Video schreiben. Was? Dass mir jeder irgendwie so 5 Euro überweist oder so für ne neue Grafikkarte. Jungs, die Leute kennen dich ja nicht. Das werde ich nicht machen. Wir nehmen kein Geld von... 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 Irgendwem. Ja. Bissern nicht jetzt mal drauf. Nein. Nein, immer noch nicht. Nein, ihr Hennen. Nein, ihr Hennen. Ist deswegen ja die Idee. Neue Grafikkarte und so. Da wird ja auch schneller. Ja... Ich brauche ne neue Raum. Die ist immer noch kaputt. Ja, da... Hast du die Kohle nicht so eigentlich im Zusammenhang? Die für den... Nein, hab ich nicht. Ich... Entschuldige, mein Typ immer noch... Was? Weiß, ey. Ich sporene, sehe niemanden und... Bist du bei mir im Team? Oh Mann, du bist ja noch im anderen Team! Ich wurde von dem Illuminaten... Komm mal schnell rüber! Komm mal schnell rüber! Komm mal schnell rüber! Komm mal schnell rüber! Oh, oh, oh! Team Setup! Nein! Oh, du kannst dich anhalten! Team wechseln! Bin ich? Bin ich? Nee! Ich kann versuchen! Team Setup! Team wechseln! Ich bin gerade CN! Ja, ich bin auch... Ich bin auch CN! Ich bin auch CN! Ich bin auch CN! Ich bin auch CN, glaube ich! Oh, Beste! Ja, ich habe gewechselt! Ich suche dann Squad! Ich bin bei... Badass Joghurt! Badass Joghurt! Ja, ja, genau! Bei Badass, ey! Bei Badass! Badass Joghurt! Badass Joghurt! Badass Joghurt! Und der eine heißt Dach Silent Dead! Dead! Awesome! Aber dieser Bruder... Every thing is awesome! Dieser eine da, dieser... Dieser... Illuminati Magott! Ich habe mich gerade getötet! Wir haben gerade eins, dass wir den Dessern und alle... Jetzt bin ich mit einem Panzer und das in der Eis kalt stehen! Alter, von was denn? Was war das denn? Ja! Das macht doch ganz gewaltiges Sinn! Dead fucking Viper! Ja, das ist wirklich so! Das ist inbound! Over... Viper's inbound! I will! Ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind! Ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind! Ich auch nicht! Ich glaube nicht! Oh, nicht! Ich wollte gerade sagen, die Viper sind inbound! Ja, ich schieße! Was ist das denn für eine scheiß Viper? Aber... So löst man Probleme! Boah! Er hat sich versteckt! Ich gehe jetzt hier runter! Nein, mir geht auch mal so nah! Ich stelle mich hier als... Oh, wir brauchen uns zweiten Tank, Alter! Wie geil! Goldschweb! Bevor du gleich weiterfährst, ne? Wenn du gleich zu A fährst! Ja, ja, ich habe sowieso noch ein kleines Panzerproblem! Ja, ich sehe es! Ich versuche mit der RPG mit drauf zu schießen! Oh nein! Ich werde repariert! Oh, da kommt die Viper wieder! Kommt die Viper wieder! Weg! 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 Boah! Ich bin erschrocken, ey! Ich habe nur noch 13 Leben, weil der Panzer auf mich geschossen hat! Da kommt Level 25, ey! Oh! Morpheus! Schäm dich! Junge, die haben 240er, ist ja gar nicht übertrieben und so! Nein, überhaupt nicht! LOL! Jetzt hat er mich bekommen! Dekorier, Igeri! Ja, warum auch nicht? Hä, du bist doch gar nicht aus der Base raus! Da wirst du schon anvisiert! Du wirst doch gar nicht aus der Base raus! Dann wirst du schon anvisiert! Hä, was sind das denn für Base Rape, Leute? Ganz ehrlich, schämt euch! Ich bin nur mit der Viper hochgeflogen und schon beschossen! Über den Wolken! Die Runde haben wir jetzt schon verloren, ey! Ganz ehrlich! Sie haben hier einen Level 2, Level 140er! Da scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein! Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein! Das 87er ist in der Viper, der 11-0! Alle Ängste! Alle Sorgen! Alle Sorgen! Sagt man! Blieben darunter! Verborgen! Und dann! Würde was uns größer! Richtig geschehen! Plötzlich! Richtig! Und klein! Weiß! Und dann! Wir haben wir noch ein paar Tage lang! Wir haben das Einsatzziel einfach oben! Ü-ver-dor-te! Zwei-Wir-ganzen los sein! Ne, ist die aber nicht! Boah! Ey, Junge! Das zwei Schüssen in den Arsch müsste eigentlich sterben! Ja! In den Anus, ja! Schäm dich. Mit Jan Böhmermann. Ich würde wieder vom Level Elber getömmen. Es darf einfach nicht wahr sein. Junge, wie du sie nicht totkriegst. Weißt du, sie ist ein und in Wirklichkeit sind es 20. Und dann hängst du ganz alleine bei D, weil sich alle irgendwo anders verteilen. Soll einfach nichts können. Das war knapp. Ja, das ist dann immer ärgerlich. Und ich glaube, der Helikopter... Alter, der Helikopter tötet einen sofort. Der sieht einen und... Dann bist du so gut wie tot. Geh weg, du Spasti! Du bist ganz unten schon. Ich weiß nicht, zu A oder zu D. Aber weil sie hier ist ne Drecks und Viper, die die nicht tot tritt. Ja, die Viper, die steht jetzt hier bei B rum. Du kriegst nicht tot, die hat 14.0. 14.0! Ja. So ein Drecks... So ein Drecks... So ein Drecks... So ein Drecks... Alter, die ficken ja alles kaputt hier. Oh, oh, ich glaube... Hier ist ein Panzer irgendwo. Wie kriegen wir grad nebel? Ne, ey. Oh, ich hab ihn mit der Granate... No. So wisch ich ihn mit der Granate. Geil. So, um mal den Panzer wegzukriegen. Ah, warum krieg ich... Schein von einem Hidi, der... Noooool, tötet einfach uns beide gleichzeitig, ey. Wie peinlich und das von einem Level 38er. Na. Alter. Junge Talente, du junge Talente. Oh, Mann! Unfassbar. Hey, jetzt... Ich bin bei euch, wo ist die Viper. Ich nehme jetzt ein Panzer. Oh, wahrscheinlich werde ich es mir schon gleich über Druck gemacht von der... Von der Viper. Hm. Von dem. Ja, du... Die kriegst du natürlich auch nicht kaputt, ne? Die kriegst du nicht kaputt. Naja. Und selbst wenn, dann steigt der danach wieder... Und nicht so runter. Boah, ich hätte das Infiniere jetzt. Da hat er die Pflicht hier rum. Haha, siehst mich nicht, wa? Ja? Bitch! Oh, das war gut, das war gut, das war gut. Oh, das ist jetzt gar nicht wirklich scheiße, ey. Wenn ich den BTR nur 36 schaden mache, ey. Oh, jetzt sind hier zwei Panzer, oder was? Ja, genau. Deine Modi, deine Modi. Ja, fick dich doch, ey. Fick dich doch, ganz ehrlich. Hier sind zwei Panzer bei E. Ah. Zwei Panzer bei E. Zwei Panzer bei E. Ah. Genau. Ich glaube einer ist gerade explodiert. Jo. Lol. Lol, und hier ist Bär, der ist hier gut. Da, du kleiner Schmierlacken, ey. Habe ich dich gesehen. Macht mich... schon der Akku hier. Hier läuft. Na gut, dann habe ich mit dem Panzerbauer versucht, die anzunehmen. Uuuh. Ich fliege der WM. Miuuuu. Alter Schwede, was war das? Wo ist der Panzerbauer? Hä? Was ist ein dreckiges Hurenkind, Alter? Mit einem RPG in Merkamm. Aber dieser Spass, die lebt man mit einem 100%. Wie soll er das denn machen? Anscheinend ist südlich deine Stellung und feindlicher Panzer. Bin ich ausgestiegen? Bitte? Bin ich ausgestiegen? Hallo. What? Ja, genau. Boah, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ein Level 38er. Wieso ist der so gut? Der hat nicht mal die beste Munition ge-ge-ge-ge-ge-gehabt, ey. Sprachfehler gerade, Mann. Ich habe einen Sprachfehler. Ich habe einen. Wie war das? NoC4K, die machen Bass-Rap, also leck mich. Boah, Andre. Ey, Satchin Cooper. Super. Super. Super Tramp. Bitch. So siehst du meine Lieblingswörter, ne? So, schäm dich und bitch. Buh. Boah, ich dachte, da kommen die nicht. Ha. Geil. Yeah, nice. Ey, hier, ich glaube, da wartet ihr doch. Ich fahr jetzt mit Badass-Joghurt nach oben. Jo, dann kann man. Wir verlieren gerade die Flagge. Die? Ja. Warum? Jetzt fühl ich mich auch bei dir. Das müssen wir. Da. Oh Mann, bin ich inkompetent, ey. What, what, what? Oh, vom Dach irgendwie so eine hohe in der Sniper, ey. Was? Hä, ich bin doch so ein kompetentes Kind, ne? Oh, mit der Bulldog, ne? Das ist schon wieder unfair, hier. Das ist... Alter, schämlich einfach. Schämlich mit der Bulldog zu spielen. Schämlich. Weil ich rede gerade die ganze Zeit Schaden. Ich weiß nicht. Wir verkackten die ganze Runde schon wieder. Die ganze Runde, merkst du das? Ja, merk ich. Wir haben C, D und E wieder verschissen. A und B verlieren wir auch gerade wieder. Und so haben wir nämlich gar nichts mehr. Boah. Wer das Joghurt ist von mir zu sparen? Ist das Joghurt tot? Musstern, ja. Ne, lebt aber nur. Achso. Oh, Tate Frieda ist tot. Tate... Ach. Ah, wir haben E wieder. Sauber. Diese ganzen Gartenmöbel. Du, ich wurschte, ey. Boah, steht, du Hurensohn, ey. Und dann ist da oben auf dem Dach noch jemand, ne? Wie sie fühlen? Ja, wahrscheinlich! Ich setze an dem BTR C4, ne? Was ist? Drei andere Leute bei E. Genau. Ja. Niemand sieht irgendeinen Feind. Ich fahre durch. Fahr durch Min. Wo ist der Typ denn in dem BTR? Wo ich C4 dran gemacht habe. Keine Ahnung. Alle sind nur noch Opfer online, oder was? Ja... Moppet, ne schöne Moppetur machen. Ich hatte drei andere Leute noch bei E. Und kein fällt auf, dass der BTR, wo das Trip hier dran ist, gesetzt ist. Jetzt verlieren wir eh nämlich schon wieder. No. Scheiße, den hätten wir ja schießen können. Der ist ausgestiegen. Ist down. Ja, Hilfe, weil du den gemacht hast. Junge. Ein bisschen was Legendäres müssen wir auch drin haben, ne? Das ist doch nicht legendär, das ist... Das ist legendär. So professionell ein Kill gesteilt. Lol. Das war professionell, ey. Der läuft über die Mine. Und schießt da drauf. Wie war das? Wir haben nur professionelle Hilfskräfte. Ja. Wir haben professionelle Facharbeiter. Ausgebildete Fachkräfte. Willkommen bei die Bundeswehr. Das ist gut. Ja, ja. Boah, hier ist gerade was richtig hart explodiert, ey. Fahrtexplosion, steh ich, ey. Lol. Das gerade was runtergebrochen ist. Das ist eine... No, ey, was sind das für Cheater, ganz ehrlich? Ich bin 43er. Da kann man den Kopf nicht treffen, gibt mir aber einen Kopfschuss, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Wir verlieren eh schon wieder. Warum verlieren wir eh schon wieder? Ja, genau! Genau! Boah, ey! Ey, Tante Frieda. Tante Frieda braucht man Sanität. Go! 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 Ey, nur inkompetente Vollidioten! Nichtskönner! Originale Nichtskönner! Mann, Bondmaßhalle von dir! Die Kolloquente über einen Jahr genau! Diese Eric 95, ne? Alter, dem seiner Mutter, die habe ich schon so hart gebumst, ne? Die hat gewinnt und ich habe trotzdem weitergemacht, ey. Jungen, dass sich dieses Team nicht schämt! Die sitzen alle oben bei D! Das sind 5 Leute, die gerade mit dem Raketenwerfer auf mich drauf gehalten haben! 5! Ich brauch den Messern, ey! Und Fass hat er mich noch getötet, ey! Alter Schwede, ey! Warum die immer so krass hart übertreiben müssen? Kommt mein Ziel! Ich werfe Galate! Schämt euch einfach! Nein! 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 Ich will gar nicht wissen, wie meine Audiospur dann ausschlägt! Ja! Haha! Bam! Und dann kommt der beschissen, abgefackte Wichseli wie einer, ey! Es ist... Alles an und raus! Bitch! Fick dich, Morpheus! Schäm dich! Dickes Kinn! Hey, Junge! Wollt ihr mich verarschen? Die sind alle oben bei D! Alle! Auf dem Dach? Ja! Ja! Die schießen alles kaputt! Alter! Ja! Genau! Mich hat ein Typ vom Dach C weggesnackt und ich stand unter der Treppe, unter der Treppe von D! D! Das kann er einfach nicht! Nee, kann auch nicht! Die Weiber fickt hier auch gerade alles auseinander! Und jetzt fahren zu A! Oh, das Panzer! Scheiße! Scheiße! Der Panzer fährt! Der Panzer fährt! Der Panzer fährt! Der Panzer fährt! Lauf! 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 Leg dich hin, Alter! Leg dich hin! Alter, schön, ey! Und jetzt ganz ruhig! Ganz ruhig! Nicht bemerken! Nicht bemerken! Nicht bemerken! Nicht bemerken! Nicht bemerken! Ich bemerke mich nicht! Ich sehe mich nicht! Ja! Ich glaube, der Panzer hat mich nicht gesehen! Awesome! Wir sind an mir vorbeigefahren! Sauber! Und jetzt schnell weg hier! Liebst du auch noch? Ja! Ja, ist gut! Hast du es geschafft mit Wegrennen? Das ist gerade einer ausgestiegen! Okay! Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Bravo! Ist der tot? Ich weiß nicht! Der ist hier irgendwie stillgeblieben oder ausgestiegen! Nee, der wird ja! Der Panzer fährt noch! Der Panzer fährt noch! Der Panzer fährt noch! Der Panzer fährt noch! Also ich habe ihn nicht gesehen! Ich will mal gucken! Nee, da steht da unten! Da steht da unten! Da steht ein Zweifahrzeug! Da steht hier noch so ein anderes Gebär! Ja, ja! Nee, ich warte ein bisschen versuchen hier aufzufahren! Weil ich habe da nämlich zuvier passiert! Wir haben gerade die Kontrolle im bereinigten Ziel Bravo verloren! Der Panzer fährt noch auf mich! Und jetzt ist der Panzer fährt noch auf den Link. Oh! Oh! 117er, ohne Limit, nein. Alter, der hat Hunden, der ist auf Level 140, ne, der hat 25. Ja, guck uns an. Und warum? Warum? Weil die so eine Scheiß-KD haben. Und weil unser Team einfach nichts kann. Abgrundtief wirklich gar nichts. Und leider vom Level her schon nicht. Und das, obwohl das nicht so schwer ist, sich hochzuleveln. Wir haben, glaub ich, drei Tage gebraucht, da waren wir schon Level 30. Nervt mich mega hart. Boah! Hey, die fängt alles. Alles und jeden. Ich bin tot. Da hast du keine Schnitte. Wave, E-Wave, ohne Limit. Ja, ohne Limit, das ist ein Pin an der Kack, Spasti. Hast du seine Mutter genommen und sie hat gewinnselt? Viper, Viper! Nein, nein, nein! Viper, halt! Boah! Der hat mich mit einer Sniperm nahe aufgedrückt. Der hat fucking shit, ey. Das kann doch alles nicht mehr sagen. Boah, Alter, ich spawne Bam direkt. Ich kann mich fixen, dass ich lebe. Mann, ich bin hier! Mann, ich bin hier! Mann, ich bin hier! Mann, ich bin hier! Du musst doch die Welt aufpassen. Mann, ich bin hier! Mann, ich bin hier! Mann, ich bin hier! Ohhhh! Arschloch! Er schießt das Gebäude ein? Ja! Ich bin raus. Also, rausgesprungen. Und ich auch gerade so noch... Ich merke es, es vibriert sowieso. Bleib stehen. Brich das Gebäude ein? Ja. LOL. Das war bestimmt dieser Heli-Spaß, weil er uns da nicht runter bekommen hat. Das kann gut sein, ja? Wuh! Und die Dreckwolke. Und eine Dreckwolke, sagt er. Ja, bei mir ist gerade ein schwarzes Bildschirm. Und jetzt ist einfach mal wieder... What? What? Alter von wo? Dieser Harvey H2. LOL. Wir haben ja gar keine Flagge mehr, was soll denn der abfacken? Junge ey, das Nude-Team, ey. Ich wechsle gleich den Server, wenn das so weitergeht mit dem Team. Ja, das... Das kannst du keinem erzählen hier. Das macht von ihm auch kein... Kein Spaß. So. Das kannst du keinem erzählen. Nee. Stell mir so, ja, fährst mal zum Boot, ne, gucke, fahr drauf zu. Boah! Was? Feindlich. Deine Modi, Junge. Deine Modi, Junge. Deine Modi, Junge. H-Way H2 hat mich jetzt auch getötet. Das ist ein Opfer, ne? Das ist... Äh, ist richtig ein Auto-Revoir. Boah, ein alter Tiala-Reiter. Was ist unter mir? Ich wollte grad sagen, Alter. Geht hier schrocken. Nein. 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 Und auch nicht. Nein, er hat die falsche Einfahrt genommen. Kannst du nicht markieren? Der will hier nicht hochfahren. Was ist das für ein Wichser? Ich muss einfach nicht hochfahren, weil ich schießen würde. Ne, okay. Jetzt fährt er wieder auf. Es wäre schön, wenn er hier hochfahren würde. Dann könnte ich ihn töten. Ich muss der mit Pissen, Alter. Das ist wie ein Durchfall. Richtig schlimm. Der Durchfall ist schlimmer. Durchfall kannst du ja nicht kontrollieren. Du bist grade mit in der Klausur, ey. Scheiße, oder was? Ja, scheiße. Wortwörtlich. Musst du doch richtig einen ablassen. Ja, ich würde, wenn ich Durchfall habe, auch nicht zur Schule gehen, weil die Schulgruppe ist, der kann nicht der höchste der sonstlichen Krankheiten weggehen. Echt so? Ja, warte mal kurz ab, ja. Schickt euch! Mal gucken, dass wir den Passen haben. Oh, jetzt, wo er... Jetzt, wo... Ja, genau! Jetzt, wo André nach o... äh... Pissen geht, fährt der Panzer nach oben, ne? Natürlich! Es kann... Mann! Oh, der hat einen richtig kleinen Pimmel, ey. Ganz gewaltig kleinen Pimmel. Oh, der muss das ein! Höchst nicht deiner Position! Wir haben gerade noch eben das Ziel eko-neutralisiert! Südkampfgefühl und marchierlaupt! Das kann ich jetzt noch was von vergessen. Weißt du, was ich ja geil finde? Weißt du, was ich geil finde? Du bist gerade weg, dann fährt der Panzer nach oben! Boah! Nicht sein Ernst! Ne, es hat ja... Gerade eben... Vorhin hat es ja noch geregnet, ne? Ja! Jetzt ist es richtig... Wieder richtig... Fett... Am frieren! Na selber! Dann ist es ja schon glatt, und der Winterdienst darf schön unter... Oh! Nein! Ah, das war so klar! Wir haben sowieso verloren, die scheiß Runde hier, ey. Das sind nur behinderte Kacknubs, ne? Nur behinderte Kacknubs, ey, ganz ehrlich! Ist... Warum schämen die sich nicht? Wir haben die dritte Runde hintereinander verloren, das kann doch nicht sein! Läuft nicht mehr bei uns, seitdem wir aufnehmen, verlieren wir nur noch. Ja, die erste Runde war ja voll in Ordnung! Ja. Verstärkt. Wo du zu leise bist. Aber die zweite haben wir verkackt, und jetzt haben wir auch wieder verkackt. Ja, die zweite wurde hier gekickt, da haben wir ja nicht. Ja, da haben wir trotzdem verkackt. Na ja, André, wir müssen immerhin kurz ne Pause machen. Wir hoffen, ihr seid in der nächsten Runde auch wieder mit dabei. Bis dahin! Tschüss! So besser wie vier! Haha! Tschüss!